Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Zootopia, oder auf Deutsch Zumania, war für Kritik und Publikum eines der Highlights der Walt Disney Studios der letzten Dekade. Und jetzt mussten Fans sieben Jahre lang warten, bis es neuen Stoff gibt, aber ihre Gebete wurden erhört, denn es kommt kein Sequel, aber dafür, wie könnte es anders sein, eine Serie auf Disney Plus mit dem Titel Zootopia Plus. Und die Folgen dazu wurden uns vorab geschickt, ich hab sie nicht gesehen, aber mein heutiger Gesprächspartner, der Till, hallo! Moin! Vorab erst einmal, ich stimme da mit Kritik und Publikum überein, Zootopia war für mich auch einer der besten Disney-Filme der 2010er. Ich hätte wirklich nicht überrascht, wie kreativ und auch wie tiefgründig der teilweise sein kann und wie sehr er sich wirklich Mühe gab, eine gute Message einem mit auf den Weg zu geben, die auch nicht zu dick aufgetragen vorkam, meiner Meinung nach. Wie stehst du zu dem Film? Ja, absolut großartig. Ich hab den, also dadurch, dass ich eine achtjährige Tochter habe, haben wir den, als wir so angefangen haben mit Disney-Filmen, sehr, sehr oft geguckt. Ja. Ja, wirklich, also der ist wirklich, das ist wirklich ein richtig, richtig gutes Ding. Weg von diesem typischen Märchen-Adaption oder, was weiß ich, Prinzessinnen-Schnickschnack, was mir auch gut gefällt und natürlich auch meiner Tochter. Aber das war richtig cool. Die Welt war vollgestopft mit coolen Sachen, mit coolen Ideen. Und auch wenn die Kinder das überhaupt nicht greifen können, voll mit Politik und Rassismus und dem ganzen Kram, richtig, richtig cool. Ja, hat mir alles sehr gut gefallen und er war wirklich lustig. Allein als ich die Vorschau gesehen habe von dem Faultier-Ding, da hab ich mich im Kino kaputt gelacht. Das war wirklich, wirklich cool, ja. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Das war einer der populärsten Teaser-Trailer zu dem Zeitpunkt. Genau. Jedes Mal, wenn der kam, ob das Kino voll war oder nicht, alle haben flach gelegen jedes Mal. Ist auch so. War ein super Gag. Ja, ganz genau, die politischen Aspekte. Da hat ja Disney eigentlich ein relativ heißes Eisen angefasst und es war unglaublich, wie fast schon fließend sie das eben in diese Geschichte über eine von Tieren bewohnte Welt einfließen lassen konnten. Das ist ohne Frage die größte Stärke des Films gewesen. Jetzt haben wir ja die Serie hier und erst einmal vorab inhaltlich knüpft sie an den Film genau an und sehen wir alle vertrauten Figuren wieder. Sie knüpft nicht an. Sie füllt im Endeffekt nur, na Lücken nicht, es fehlt einem ja nichts bei Zootopia, aber es ist quasi diese Kurzgeschichten, die finden alle innerhalb des Films statt tatsächlich. Also alles, was man sieht, hat irgendwie zu tun mit etwas, was schon geschehen ist im Film. Sei es irgendwie am Ende sieht man nochmal diesen Riesendonut, der auf die Maus droht zu fallen oder die Hochzeitsfeier der Mafia-Mäuse oder sowas. Also es ist immer irgendwie verstrickt in den Film direkt, was ich ganz cool fand. Und das sind alles sechs einzelne Kurzgeschichten. Kurzgeschichten, die haben selber nichts miteinander zu tun, also das baut nicht aufeinander auf. Und sie sind, sie haben alle ein Thema, ein bestimmtes. Das ist auch ganz interessant. Gut, das ist erstmal eine Überraschung. Ja. Weil wir kennen das ja, wie Disney das macht aus den früheren Tagen, wenn sie einen ihrer Filme zur Serie verwursten. Sie haben es gemacht mit Aladin, Ariel, die Meerjungfrau, wo die dann einfach die Figuren nehmen und weiter Geschichten mit denen erzählen oder sie geben Nebencharakteren eine Spin-off-Serie wie Timon und Pumbaa etc. Ja, ja, ja. Also sie nehmen hier einzelne Aspekte des Films und stricken daraus kurze Episoden. Genau, das sind auch nur sechs bis neun Minuten. Das sind sechs Episoden, sechs bis neun Minuten, wirklich quasi kleine einzelne Kurzfilme. Aber die sind, die fangen an. Erste Folge ist zum Beispiel, wenn Judy, Officer Hobbs, der Hase, der Hauptcharakter, der weibliche zumindest, sich aufmacht nach Zootopia, dann fährt sie ja einfach im Film los und landet dann in Zootopia. Aber hier ist es so, hier sehen wir, dass sich einer von diesen tausend Geschwisterchen in den Zug stiehlt und die Eltern dann quasi mit so einer Train-Chase, mit so einer Verfolgungsjagd Mission Impossible mäßig dem, oder James-Bond mäßig dem Zug hinterher rasen. Genau, und das zieht sich dann, das ist dann, wird dann starten sie am Bahnhof und enden in Zootopia. So, bumm, Judy macht die gleiche Tour und dann geht der Film in Zootopia weiter, aber die Serie hört auf. Also ja, die Kurzgeschichte. Und so ist das mit allen sechs Geschichten. Du hast dann ein Musical danach. Also es ist auch alles thematisch anders, nicht nur die Parts, die wir sehen, sondern das erste ist quasi so eine kleine Action-Szene. Das zweite ist dann ein Musical von diesem Wiesel, was wir auch kennen, was, ich glaube, das stiehlt diese blauen Blüten. Das ist das Musical, auch so ein bisschen Singing in the Rain. Nee, wie heißt das Musical? Das heißt Singing in the Rain, ne? Es heißt im Original Singing in the Rain. Genau. Auf Deutsch heißt der Film anders, ja. Das ist ein komplettes Musical, sechs Minuten lang. Dann haben wir quasi der Pate 2 mäßig. Natürlich die Mäuse. Ja. Wie der Obermafioso nach Zootopia gekommen ist, beziehungsweise sich dann sein Imperium aufgebaut hat und wie er mit den Eisbären connected, das ist auch richtig cool. Auch alles in diesen typischen Flashback-Sepia-Tönen, richtig wie Pate 2 halt. Dann haben wir einmal eine Reality-Show, wie wir sie aus den frühen 2000ern kennen, auch von der Maus, die heiratet. Und da ist quasi so, oh, wer wird der Trauzeuge? Das ist auch so ein bisschen alles drüber, Paris Hilton-mäßig irgendwie. Das ist auch ziemlich cool. Und dann haben wir noch eine Casting-Show mit Klauhauser, mit dem dicken Polizisten, der so auf die Gazelle steht. Ah ja, stimmt. Da geht es darum, wer wird Background-Sänger? Ja. Dann haben wir auf jeden Fall noch eine, das passt thematisch, das hatte kein richtiges Überthema, aber da hatten wir einfach, haben wir einfach die beiden Faultiere, also Flash, genau Flash heißt er, die im Restaurant sind und mit einer völlig gestressten Kellnerin, die zum Gazelle-Konzert möchte. Und die sind halt ultra langsam und es ist wirklich wieder sehr, sehr lustig. Und das andere habe ich vergessen. Ist es denn so, dass der Social Commentary des Films hier auch wieder Einzug erhält? Oder ist das in erster Linie halt auf Gags getrimmt und man lässt diesen begreiften Rassismus und Ungerechtigkeiten auf Aspekt hier eher fallen lässt? Ja, es ist nicht so, nicht so direkt auf die Zwölf, aber doch so ein bisschen, ja. Es geht quasi, die Mäuse wandern halt aus und müssen mit einem Boot über einen See fahren. Das ist ganz klar so, ne. Wir kommen von aus Afrika übers Mittelmeer und drohen zu ertrinken. Das ist ganz klar daran angelehnt, aber das ist immer nur so ganz, ganz wenig. Also da, das schwimmt nicht so viel mit wie in einem Film. Ist auch besser so, weil das würde das Ganze, glaube ich, nur zu sehr aufplustern und das würde, glaube ich, zu sehr stören. Ja. Es wird immer mal so ein bisschen angeteast, ja. Denn, was ja eben neben dem Social Commentary ja auch im Mittelpunkt steht, sind hier, wie ich finde, gut integrierte Popkulturreferenzen. Also eine große Stärke des Films war, dass er da Sachen einfließen lässt, die A-Kinder nicht verstehen können und die halt auch nicht so aufdringlich wirkten. Ich meine, da muss man sich wirklich mal an den Kopf fassen und überlegen. Ja, ja. Es gibt im Film eine Breaking Bad-Anspielung. Wer hätte denn damit gerechnet? Ja, aber also richtig, also richtig auf die Zwölf, ne? Also nicht versteckt oder so, sondern der ist zwar richtig auf die Zwölf, ja. Das stimmt. Es werden Jesse und Walter namentlich genannt. Ja. Und hier in der Serie, du hast klar die Referenz, die du schon genannt hast auf der Pate und auf Reality-Shows, hat man praktisch in jeder Episode hier auch irgendwo ein kleines popkulturelles Ziel, das da attackiert wird oder parodiert wird, weil das bietet sich ja an. Ja, ja, genau. Das ist, das ist ganz, das ist ganz klar. Das ist auch, ich würde sagen, nichts, was unsere Kinder quasi verstehen würden, ne? Weil ich hatte ja schon gesagt am Anfang, sowas wie James Bond und Mission Impossible kennen sie nicht, noch nicht. Ähm, sowas wie, ja, die Musicals, klar, vielleicht kennen Kinder Musicals und in Disney wird, wird ja viel gesungen. Aber so von der Stilistik her, das würden die auch nicht verstehen und das mit Pate sowieso nicht, ja, das ist schon schwierig. Das ist für die, das ist für die Großen, wenn die mit ihren, für die, für die Erwachsenen, ja. Der Spaß ist für die Kinder und für die Erwachsenen und die Anspielungen wird kein achtjähriges Kind raffen, auf gar keinen Fall. Außer vielleicht hier diese Castingshow, dieses, ähm, äh, wie heißt denn das hier, wo die auf den Buzzer hauen und dann hat, kriegt der ein X und ist raus. Irgendwie so ein Eil-Ding. Habe ich, habe ich vergessen, wie es heißt, aber es gibt's ja auch in, ja. Ja, das hat ja ein, das hat ja ein amerikanisches Vorbild. Genau, genau, das ist auch, ja. Da war ja dieses America Got Talent und dann eben auch. Ja, ich glaube, das ist das, ja, wo sie auf den Buzzer drücken und dann sind die raus mit diesem X. Das könnte sein, dass die Kinder damit so ein bisschen was anfangen können, aber ansonsten nicht. Ansonsten haben die einfach ihren Spaß. Ja, also so, The Voice ist, glaube ich, ist das eher. Und das ist ja The Voice of Germany, in Amerika heißt es einfach nur The Voice. Ich glaube, das ist das dann, im Speziellen. Ja, ja, und dieses andere, ist ja auch egal, ist ja überhaupt kein Mensch guckt. Ja, es ist irgendwo alles die gleiche Show. Ja, richtig. Ja, ja, es ist immer eben. Ja, also würdest du insgesamt doch sagen, der Geist des Films wird hier beibehalten, was den Ohr und den Ton angeht. Ja, total. Also wirklich, das mit dem V-T ist natürlich wieder der Knaller und ansonsten ist es, man erkennt alles wieder, man fühlt sich direkt wieder so, alles klar, ich bin wieder in Zootopia oder Zomania. Ja, und das holt einen schon direkt ab, auch wenn ich, ich habe den Film jetzt echt länger nicht gesehen, komplett. Und das Schöne ist halt, dass du am Ende immer hast, ah, okay, das ist davor passiert. So, weißt du zum Beispiel das mit der, ohne groß zu spoilern, das mit der Mäusehochzeit. So, ganz am Ende läuft diese kleine Mäusebraut auf die Straße, nachdem sie irgendwie in einem Brautladen war oder so. Und dann hört das quasi, hört die Kurzfolge auf, wenn Officer Hobbs den Donut fängt. Also man sieht, was die Maus vorher gemacht hat. Und so ist das eigentlich in jedem, in jedem Ding. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Es wird auch nicht, es wird auch nicht irgendwie gewollt, sondern es fließt einfach schön ineinander über. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also als Kenner des Films hat man da seinen Spaß sehen zu können, wie sich das alles so schön in die Chronologie und in die Kontinuität mit einfügt. Ja, und animationsmäßig auch wirklich, sieht es wirklich gut aus. Diese Show ist quasi der Rogue One der Zootopia-Welt. Ja, genau, genau. Könnte man so sagen. Gut. Jetzt noch abschließend natürlich die allerwichtigste Frage, wo wir schon über die Castingshow und die Musik gesprochen haben. Hört man wieder Try Everything von Giselle. Ja, ganz kurz. Nicht ganz, nicht ganz, aber hier und da. Ja, 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 ja. Sehr schön. Toller Song, toller Song. Absolut. Shakira, ne? Ja, genau. Shakira im Original. Unverkennbar. Ja, richtig. Gut. Also von deiner Seite aus für Fans des Films und alle, die es werden wollen und den noch nicht gesehen haben, eine klare Empfehlung. Ja, absolut. Für Fans des Films sowieso gucken und Kinder, ob die den Film kennen oder nicht, ist denen ja meistens eh egal. Aber ein ganz klar Daumen hoch, ja. Okay, da habt ihr es gehört. Ab dem 8. November ist die Show auf Disney Plus zu sehen. Till, ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Und euch allen viel Dank für das Zuhören und viel Spaß dann bei Zootopia Plus. Ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.